So Leute, hallo und herzlich willkommen zu Waro 3. Hi! Ja, ich steh neben Tim und Stegi. Ich grüß mal. Töten. Lena, Lena. Okay. Nice. Hab ihn, hab ihn greift. Ja! Nice! Alter! Ich bin gerade Tim von War 2 und Schatz. Ich seh einen Namen, ich seh einen Namen. Zwei Namen. Takishita und geh vor, geh vor. Oh, junge Alter, was geht ab? Es geht direkt im Anschluss weiter mit Waro 3, nachdem die erste Folge relativ gut lief. Du rollst das R so schön. Gedanke, erst mal muss es gemacht, ich hab Dias. Dias, als ob. Er wird direkt zu mir. Mann, das hätte ich mir jetzt echt nicht geholfen, was sie gekauft haben. Wir haben heute einen Plan und wir hoffen, dass dieser aufgeht, wir wollen mich welchen. So, willkommen zu einer Folge Waro, der hat sich eingeloggt. Und ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Oh, Dicker. Ich weiß nicht, aus Versehen nachgejoint, sag ich mal. Ja. Er hat mich noch nicht gesehen, jetzt aber. Er hat sich von der Niederperle weggeportet. Ich hab ihn einem hin gegeben, er hat sich sofort weggeportet. Ich seh ihn nicht mehr. Oh Gott. Nee, das war ein Test. Oh mein Gott, ich bin... Du bist 95.000. Oh, ich seh einen von dir. Ich seh einen von dir. Das ist nichts, ich seh. Nichts, da war nur. Siehst du den? Kassel, Kassel, Kassel. Kassel, Kassel. Oh, der hat von dir? Alter, Arsch. Das liegt, das liegt, glaube ich. Oder von der Niederperle? Nein, nein, musst du aber gelesen. Okay, zurück zurück. Ich hab ihn. Ich hab ihn nicht gesehen. Derp. Ich hab ihn weg. Ich rappe. Oh Gott, ich bin fast tot. Ich bin runtergefallen. Falsch. Alles wunderbar. Ich hab ihn rappen. Nein. Nein. Vorsicht. Geh zurück, geh zurück. Ich komme. Lass dich, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich habe ihn. Hattest du mir? Hattest du mir? Hattest du mir? Nein, Loll. Loll, was? Vielen Dank.